Das sind Alex und Paul. Ihr Dozent setzt in einer seiner Veranstaltungen Pingu ein. Nach einer Abfrage zeigt sich, dass die Studierenden unterschiedlicher Meinung sind, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Daher gibt der Dozent den Studierenden die Möglichkeit, ihre Ergebnisse untereinander zu diskutieren. Aber wie läuft eine sogenannte Peer Discussion genau ab und wie sollten die Studierenden sie gestalten, um möglichst viel daraus mitzunehmen? So? Alex fragt Paul, was er denn angekreuzt hat. Dieser antwortet kurz. Richtig, und du? Alex erwidert daraufhin, falsch. Beide warten nun einfach ab, was der Dozent später zu der richtigen Lösung sagen wird. So sollte eine Peer Discussion jedenfalls nicht aussehen. Es ist fraglich, ob Alex und Paul den Stoff überhaupt verstanden haben. Einer von beiden liegt auf jeden Fall falsch. Aber auch der andere hat vielleicht nur durch Zufall auf die richtige Lösung getippt. Reicht das auch in der nächsten Klausur oder in der Praxis? Also dann die Peer Discussion doch lieber so. Paul nennt Alex nicht nur seine Lösung, sondern liefert auch gleich ein gutes Argument dazu. Da Alex zu einer anderen Lösung gekommen ist, versuchen nun beide, den jeweils anderen vom eigenen Ergebnis zu überzeugen. Gemeinsam diskutieren sie, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Hierzu überlegen sie kritisch, ob ihre Argumentation jeweils tatsächlich schlüssig ist. Dabei stoßen sie auf offene Fragen und auch Widersprüche, die sie dann in der Diskussion klären. Am Ende haben Alex und Paul eine Lösung gefunden, von der sie beide überzeugt sind. Wie man sieht, liegt die Stärke der Peer Discussion in der gemeinsamen Diskussion von Annahmen und Sichtweisen, um so begründet zur richtigen Lösung zu gelangen und sein Wissen zu vertiefen. Eine Frage, ist die Stärke des Aussage. Also habe ich eine Frage, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht, wie eine Sprache ist.